Moin, ich bin Benjamin Netzler, 21 Jahre alt und mache einen Ausbildung als Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik bei der Firma Elektromaschinenbau-Proma. MINT-Fächer war für mich schon immer persönlich ein tolles Thema und mein Vater hat mir das Handwerk immer vorgelegt. Ja, also für mich ist das eigentlich noch ein relativ offenes Thema, aber eventuell ziehe ich in Betracht noch einen Techniker, Meister oder auch ein Studium hinten dran zu hängen. Ja, Handwerk hat halt den Vorteil, dass du immer was mit den Händen zu tun hast, aber auch mit dem Kopf arbeiten musst. Das Erlernte ist vielseitig für dich einsetzbar und du hast halt immer einen sicheren Arbeitsplatz. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.